Yvonne von Daken Ja, ja, ja Wir haben heute einen sehr schönen Tag erlebt mit dem Escape Room und einem schönen Lunch mit dem Tanzlässe von Annelies und für mich ist es etwas sehr spezielles und das mit so vielen Leuten zusammen zu machen damit wir auf Mallorca zusammen gearbeitet haben in diesem Frühjahr und ganz speziell ist auch dass es nicht in diesem Frühjahr war aber dass die meisten von euch auch nächstes Jahr auf Mallorca wieder dabei sein werden und ich schaue damit auch mit Freude auf die nächste Saison voraus und es ist fantastisch und es war ein super tolles Tag auch von mir aus wir waren im Escape Room und da hörde ich Ed Meerburg zu Petja zagen bolke bolke streepke das ist das was wir brauchen und ja, es war superleuk sehr bedankt Ed, ich höre es schmeckt dir gut? Super! Bist du zufrieden? mit 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 Das war's für heute. Die sind in den Schoenenbezugt. Das ist so süß. Eigentlich hätte ich auch die Flüge gebracht worden sind. Das ist ja auch generell geil. Der junge Mann macht die Schokolade. Das ist ja so süß. Oh mein Gott. Können Sie sehen? Das ist das Ladekfleger. Ja. 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 Ich bin heute mal auf Diät. Was ist das? Ich bin heute auf Diät. Nicht Äte. Nicht Äte. Nicht Äte. Schokolade-Diät. Nicht Äte. Nicht Äte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017